Herzlich willkommen, Markus Neumeyer. Guten Tag. Wir fangen heute unsere Sendung wieder mit Entweder-Oder-Fragen an und die erste Frage wäre, Shaqiri oder Shaqira? Shaqira. Und das hat einen speziellen Grund, oder? Ja, es ist die Frau von sehr guten Kollegen von mir, von Gerard. Und es ist eine ganz, eine ganz nette und da ich natürlich eher den Bezug zu Shaqira habe als zum Shaqiri, der natürlich auch ein super Fussballer ist, aber dann nehme ich natürlich lieber die Shaqira. Jetzt könnten Sie sich ja mal einladen an einen Match und dann noch die Stadt Luzern zeigen, oder? Haben wir schon darüber gesprochen gehabt im Dezember, wo schon ein bisschen wir darüber gesprochen haben, was bei mir in der Zukunft passieren wird und nach der Europameisterschaft, wenn er mal drei, vier Wochen Zeit hat. Vielleicht findet er ein paar Tage, wo er sich das schöne Luzern und die schöne Schweiz anschauen kann. Gérard Piquet und Shaqira wären natürlich ein schönes Sujet auch hier in Luzern. Die nächsten Stichwörter wären Haarwachs oder Haarschel? Es kommt darauf an, aber tendenziell eher das Wachs, weil es doch besser hält als Schel und ja. Aber die Frisur ist Ihnen wichtig, das sieht man. Ja, ich glaube, es gibt so eine schöne Frisur. Also ich glaube, es gibt wenig Männer, die ohne in den Spiegel zu schauen aus dem Haus gehen und ich denke, dass es zum ungepflegten Äusseren schon dazugehört. Und die letzten beiden Stichwörter wären Ausgang oder Training? Training definitiv. Also ich bin gar nicht der Ausgangstyp, eher der Familienmensch. Wie man auch weiss, habe ich zwei Kinder und geniesse eigentlich jede Minute mit den zwei, auch wenn es ab und zu mal nicht so einfach ist. Aber ich glaube, das gehört dazu. Wann ist es denn jetzt so einfach? Ja, gerade wenn es um eine Sache geht, die beide wollen und dann kommt meistens immer die Ältere, die sich dann nicht mehr durchsetzen will. Aber die an der Kleinen hat auch schon ganz schön Pfupf, wie man so schön sagt, in der Schweiz. Und da sind die Probleme meistens vorprogrammiert. Trotzdem, ich habe gesagt, Ausgang, weil ich habe mal eine Geschichte gelesen in der B-Jugend von Eintracht Frankfurt, sind sie mal aus dem Kader gerührt worden, weil sie eben lieber mit den Freunden sind in Ausgang, als trainieren. Dann hast du aber auch irgendwas gelesen, was nichts mit mir zu tun hat. Also die Geschichte habe ich schon mal irgendwann gehört in meiner Karriere, aber es war nie so. Also ich bin schon mit 15, 16, 17 mal auf die Gras, wie man sagt. Aber vor dem Spiel, ein, zwei Tage vor dem Spiel eigentlich nie. Dann der grosse Wechsel zum grossen Klub, Ihrem Lieblingsverein Manchester United. Wie ist das damals gewesen? Plötzlich dann mit Stars wie Van Nistelrooy oder mit Cristiano Ronaldo auf dem Platz stehen? Es ist natürlich ein unglaubliches Erlebnis für einen 16, 17-Jährigen und am Anfang war es etwas überwältigend, was ich da in der kurzen Zeit alles erlebt habe. Und es war eine tolle Zeit in meiner Karriere, weil ich nicht nur vom Fussballerischen, sondern auch vom Menschlichen wirklich viel von diesen Stars lernen konnte. Und das gibt einem auch nicht nur auf dem Fussballplatz eben, sondern auch neben dem Platz viel mit. Trotzdem, es hat nicht geklappt mit der ganz grossen Karriere. Sie haben den Umweg gemacht über die Schweiz, über Thun, Belinzona, Faduz und jetzt die FC Luzern. Und jetzt heissen die Mitspieler statt Ronaldo und Van Nistelrooy heissen sie jetzt halt Zibung oder Cretio. Bin ich auch zufrieden mit den Mitspielern? Also nein, nein, ich bin sehr stolz, ein Spieler vom FC Luzern zu sein. Seit einem halben Jahr bin ich mit dem Kopf oder mit den Gedanken spiele ich, zum FC Luzern zu wechseln. Es ist ein toller Klub mit tollen Fans, eine tolle Infrastruktur, eine super Stadt. Und ich bin mega glücklich, kann ich jetzt diesen Schritt im Winter machen und freue mich natürlich, mit Heki oder Dave zusammenzuspielen. Apropos Heki, den Hekoran Cretio, den kennen Sie ja schon aus Faduz. Und wir haben nach dem Training heute Morgen den Hekoran Cretio zum Markus Neumeier befragt. Was er denn so für ein Typ ist? Ja, der Meg, also so ist ihm sein Spitzname gewesen, Vaduz. Ist sehr ein lustiger und sicher für einen Spass zu haben, ja. Aber gut, keine Geschichte für ihn. Ja, der Hekoran Cretio hat gesagt, sie seien etwa mal einen Spassvogel. Er wollte uns aber nicht so recht verraten, was sie denn für Spässe machen. Was haben Sie denn alles so angestellt, Vaduz? Ja, das werde ich jetzt auch nicht alles verraten. Aber da gibt es schon einen oder anderen Witz. Weil ich denke doch, die Freude innerhalb der Mannschaft ist wichtig, dass man Spass hat jeden Tag. Weil man doch jeden Tag als Mannschaft zusammen ist. Und dann ist es wichtig, dass man Freude hat am Fussballspielen. Aber auch nebenher ein kleiner Witz schaden nie. Einen habe ich gefunden auf Ihrem Twitter-Account. Da haben Sie mal ein Auto mit Folie eingewickelt im Tessin. Ist das bei Bellinzona gewesen? Genau, das war Gigi Semeter. Und der Gigi war auch meistens einer, der selber mal Spass miteinander gemacht hat. Aber selber nicht so einstecken konnte. Deswegen habe ich mir gedacht, dann würde ich so ein neues Auto ein bisschen einpacken. Und seit dem Zeitpunkt hat man in Bellinzona auch ein bisschen Geldprobleme. Dann habe ich darauf geschrieben, dass es das Verkauf für 50 Prozent ist. Und das fand ich natürlich nicht so lustig. Aber die Mannschaft war ein riesen Hit und alle haben gelacht. Reden wir über den Fussball. Mit ihnen hat die FZL einen weiteren Mittelfeldspieler bekommen. Das belebt natürlich das Geschäft. Und wir haben einmal die Mitspieler im Mittelfeld von Markus Neumeyer befragt, was denn das für sie bedeutet, dass jetzt der Konkurrenzkampf angeheizt wird. Mit Christian Schneuli und Markus Neumeyer hat die FZL nach dem Abgang von Remo Freuler und Dario Lescanos Mittelfeld weiter verstärkt. Dazu kommen junge Spieler wie Nicolas Haas oder hier Remo Arnold. Ein Konkurrenzkampf, den die FZL-Spieler schätzen. Ich denke, es ist gut, wenn man einen Konkurrenzkampf innerhalb einer Mannschaft hat. Wir haben grosse Ziele jetzt hier in der Rückrunde. Und ich denke, wenn man ein breites Kader hat, spricht das sicher für uns. Trotzdem, du hast natürlich auch den Anspruch, selber zu spielen. Das ist so. Ich denke, mit einer grösseren Konkurrenz kann man sich mehr verbessern, wenn man ein besseres Kader hat, kann man sich anpassen und versuchen, von diesen gestandenen, erfahrenen Spielern zu lernen. Ähnlich klingt es auch beim FZL Neuzugang Christian Schneuli. Die 28-Jährige findet nur positive Worte. Ja, sicher. Es steigert die Qualität natürlich. Und wir haben hohe Ziele. Und für das brauchen wir gute Spieler. Und das ist sicher Markus Neumeier eine riesige Verstärkung für uns. Und der FC Luzern will die Offensive noch weiter aufrüsten. Wenn alles klappt, soll schon morgen der Live-Vertrag mit dem Stürmer Michael Frey unterschrieben werden. Markus Neumeier, wie erleben Sie eigentlich den neuen Konkurrenzkampf jetzt hier in Luzern? Ehrlich gesagt, ehrlich zu sein, ich bin heute erst angekommen. Ich habe jetzt noch nicht so viele Gedanken gemacht um das. Ich will erst mal die Mannschaft kennenlernen. Und ich versuche sowieso, meine Persönlichkeit und meine Fähigkeiten, die ich habe, in die Mannschaft reinzubringen. Trainer bin ich nicht. Ich bin nur Spieler. Und die Entscheidung liegt beim Trainer natürlich. Und ich versuche mich natürlich, Woche für Woche den Trainer anzubieten und der Mannschaft so gut wie es geht weiterzuhelfen, dass sie ihre Ziele erreicht. Sie waren 2000 Kapitän. Sind Sie ein Führungsspieler? Ich würde schon sagen. Ich bin jetzt nicht der grosse Lautsprecher, aber ich bin schon jemand, der versucht, mit seiner Aura oder mit seiner Leistung wegzumarschieren. Und ich hoffe natürlich auch, dass ich da die jungen Spieler, wie Arnold oder Harst, dass ich denen auch ein bisschen helfen kann, da im Mittelfeld den nächsten Schritt zu machen. Sie haben die Nummer 77 bekommen. Was hat es mit dem auf sich? Es hat einfach nicht mehr so viele freie Nummern gehabt. Und meine Lieblingszahl war leider auch schon weg. Und da habe ich mir gedacht, warum nicht die 77? Jetzt gelten Sie als ein sehr begabter Spieler, technisch begabtes Spiel, intelligent. Aber Sie laufen, glaube ich, nicht so gerne defensiv. Ist das so? Das werden wir jetzt ja sehen. Ich glaube, das ist schon im Spiel ein Lauf. Ich komme immer auf die 11 Kilometer im Spiel und das ist schon noch relativ viel. Aber eben, jeder kann sich da in Zukunft selber seine Meinung darüber bilden. Sie haben jetzt den Umweg gemacht über den FC Luzern in der Schweiz nochmal einen Schritt nach oben. Erleben Sie so etwas wie ein zweiter Frühling, fussballerisch? Ja gut, so alt bin ich jetzt auch noch nicht. Sie werden 30 im März, ja. Ja, das stimmt. Also ich denke, mit 29, 30 ist das noch kein Alter. Und klar ist es heutzutage so, dass die Jungen natürlich immer gefördert werden müssen. Aber ich glaube, mit 16, 17-Jährigen nur in der Mannschaft gewinnst du auch nichts. Und die Tendenz bei den Vereinen müssten sie ja schon mit 16 wie Ronaldo spielen. Das ist ja heutzutage leider so. Ich denke, erfahrene Spieler braucht es. Und schlussendlich gibt es eh nur gute oder schlechte Fussballer. Und ich fühle mich körperlich sehr fit, muss ich sagen. Und im Moment denke ich nicht über das Alter nach. Weil ich denke, 29, 30 ist noch nicht ein Alter, wo man über das Karriereende nachdenken muss. Und ich freue mich jetzt auf die nächsten Jahre mit dem FC Luzern. Und vielleicht doch noch einmal einen Schritt zum Grossklub zurück als Abschluss einer Karriere. Träumen Sie da noch einmal davon? Im Moment freue ich mich vom FC Luzern. Und ich freue mich natürlich, dass wir da die Ziele, die wir haben, auch einfahren. Und das ist jetzt mein nächster Schritt. Und Luftschlösser zu bauen, das habe ich früher mal gemacht, das mache ich nicht mehr. Max Neumeyer, danke vielmals, dass Sie die Zeit gehabt haben bei uns für das Interview. Und wir drücken natürlich die Daumen, dass Sie die Ziele mit dem FC Luzern erreichen. Und viel Erfolg. Vielen Dank.